Hallo, meine Lieben, im heutigen Tutorial geht es um die Epoche des bürgerlichen Realismus. Und was es genau mit der Epoche auf sich hat, das erfahrt ihr wie immer in 3, 2, 1. Bevor wir uns mit der Epoche näher beschäftigen, müssen wir sie erstmal zeitlich verorten. Und zwar erstreckt sich die Epoche des bürgerlichen Realismus von 1848 bis ans Ende des 19. Jahrhunderts. Das ist vielleicht mal ganz wichtig zu wissen. Und bevor wir uns anschauen, was in der Epoche des bürgerlichen Realismus in der Literatur los war, müssen wir uns zuerst ein bisschen den historischen Kontext anschauen. Das heißt, wir hatten in Deutschland zu der Zeit einen großen wirtschaftlichen Aufschwung und die Industrialisierung war voll im Gange. Beide Dinge hatten aber große soziale Missstände zur Folge. Das heißt, wir hatten ein starkes Anwachsen der Städte, eine Verstädterung, ein starkes Bevölkerungswachstum, was dazu führte, dass die Städte heillos überfüllt waren, dass es zur Wohnungsknappheit kam. Wir hatten eine Verelendung der Industriearbeiter, was natürlich großen Unmut in der Bevölkerung hervorrief. Und es gab die Verschärfung der Gegensätze zwischen Arm und Reich. Das heißt, heute würde man sagen, diese Schere zwischen Arm und Reich, die ging immer weiter auseinander, was natürlich zu großem Unmut führte. In der Literatur war aber genau das auch Gegenstand. Das heißt, die Literatur befasste sich mit diesen gesellschaftlichen Verhältnissen und Missständen, in denen die Menschen lebten. Das war tatsächlich neu zu dieser Zeit und wurde natürlich auch ganz spannend umgesetzt, weil der zentrale Gegenstand plötzlich das Bürgertum war und auch die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen Menschen lebten. Und das Ganze machte das sehr spannend. Als bedeutende Vertreter habe ich euch nochmal hier kurz aufgeschrieben, zählten Theodor Fontane, ich denke, den kennen die meisten von euch, aber auch Gottfried Keller und Theodor Storr. So, das war so ganz knapp das Wichtigste, was man zur Epoche des bürgerlichen Realismus wissen sollte. und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Tutorial. Bis dann!